Moin! Willkommen in Hamburg am Hauptbahnhof auf der Ernst-Merk-Brücke. Hier kommt ein Intercity aus Kopenhagen an. Seit Ende Juni 2023 fahren auf dieser Strecke meist Siemens Vectron-Lokomotiven mit IC1-Wagen. Die Loks gehören der Dänischen Staatsbahn und sind dort als Baureihe EB eingereiht. Die Züge fahren ohne Steuerwagen. Deshalb steht im südlichen Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs schon eine zweite EB bereit. Nachdem die Fahrgäste ausgestiegen sind, fährt der Zug in die Abstellanlage südlich des Hauptbahnhofs. Nachdem die Fahrgäste ausgestiegen sind, fährt der Zug in die Abstellanlage südlich des Hauptbahnhofs. die Fahrgäste ausgestiegen sind, fährt der Zug in die Abstellanlage südlich des Hauptbahnhofs. Die Fahrgäste ausgestiegen sind, fährt der Zug in die Abstellanlage südlich des Hauptbahnhofs. Sie wird den Zug bei der Rückfahrt nach Kopenhagen ziehen. Hier sehen wir den Zug, wie er für die Rückfahrt bereitgestellt wird. Die Fahrgäste ausgestiegen sind. Die Fahrgäste ausgestiegen sind, fährt der Zug in die Abstellanlage südlich des Hauptbahnhofs. Die Fahrgäste ausgestiegen sind, fährt der Zug in der Abstellanlage südlich des Hauptbahnhofs. Die folgenden Aufnahmen stammen von einem anderen Tag. Wir sehen einen Zug bei der Einfahrt in die Bahnhofshalle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Unter der Brücke seht ihr noch eine Regionalbahn nach Elmshorn. Der Intercity kann daher noch nicht bis Hamburg Dammtor fahren. Er verlässt den Bahnsteig deshalb zunächst sehr langsam. Der Brücke mit einem anderen Tag. Der Brücke und einer Tag mit einem anderen Tag. Der Brücke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.